Musik Musik Ihr habt verschiedene Instrumente, die nicht unbedingt zum Instrumentales kommen. an einer Rockband gehören. Versteht ihr euch denn als Rockband, als typische Rockband, was auch immer das sein soll, oder seht ihr euch viel größer? Ja, von dem Anfang war es wirklich klar, dass wir angefangen haben, ohne einen Drummer, nur mit einem Double Bass, einem Violin, Piano, Guitars, Swing Band, und das ist wie wir angefangen haben. Und das ist etwas, was ich wirklich liebe von unserer Band, wir sind nicht nur ein Guitarsband, wir haben alle diese... Wir haben die Influenzen von Britischen und Amerikanischen Musik, aber wir haben auch die Eastern-European Musik, wir haben Jazz, wir haben Sägegans, wir haben... Wir haben jetzt schon ein Guitarsband, aber wir haben jetzt schon ein Guitarsband, wir haben schon ein Guitarsband. Die Bühne ist mit den Augen der Finger. Warum? Ja. Ich hab den Augen gefeiert. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15